ARD Text im Auftrag von Funk Lasssrud rief Lasssrud rief Lasssrud rief Lasssrud rief P수� fursel Pudovar Die haben sogar kleinen Karten. Die Leikoskalen haben kleinen Karten. Ja, immer kleinen. Kleine Fischwing. Ja, das ist meinst du. Das ist die Lunge, die ist kaputt. Fischwing. Dreh nur um, langsam. Fischwing. 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 Der ist aber nicht so stark. Der hat gerade nur 55. 55? Wie eine Hühner, der ist nicht so stark. 55 stark, 19 Schild, 19 Schnee und 19 Glück. 55, 9, 9, 9. Die ist toll. Der ist nicht so stark. Schön, dass er glänzt. Glänzkarte, wie ein Fußballprofi auch glänzt. So, krass. Das Bild hier mache ich. Fischwing Kristall. Ich kann ein bisschen abschneiden da. Ich kann ein bisschen abschneiden. Ich darf das jetzt nicht sehen. Jetzt ist dein Fluch! Ich habe das sehr sehen. Ihr habt mich weitergelegt. Das war eine tolle Idee, Schimmer. Tut mir leid, dass deine Maske kaputt ist. Du wolltest so gerne gewinnen. Schon in Ordnung. Wenigstens haben wir sie da aufgereiht. Oh, ich gott. Hier habe ich die Karte von Equator. Wie heißt der? Equator. Ah, du hast die Karte von der, ja? Ja. Die Karte. Ja? Guck mal, die Karte, ja? Drehen wir ihn um, drehen wir ihn um. Ah. Feuer, Feuer. 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 Also Feuer Augen. Feuer. Ja? Von Spiros. Ja. Adventure. Ja? 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 Ja, ich will sein, was denn halt? Ja? Ja? Na, wir sehen Henni. Sie machen hier. Eine Glitzerkugeln. Pass auf. Ist das nicht wunderschön? Oh, die finde ich toll! Magie und Skallen. Das ist so ein Ende. Warte bis dahin, der wird noch kommen. So, Spielmann mit dieser hier. Ich bin Skallenmann. Wie heißt der? Kennst du den Namen? Ja, mein Vater. Das ist Magie und es heißt Magic. Magic. Aber ich sage es in Englisch. Magic. Und es heißt Rocket. Ja, Rocket. Wo geht es hin? Es gibt auch ein Licht. Simon, deine Hand. Ist auch ein Rocket, ja? Ja. Warte. Ja, ich sage es hin. Ich sage es hin. In das wo ich... Ja, da geht es hin. Ich sage es hin. Ich sage es hin. Danke. Ja, ich sage es hin. Ich sage es hin. Ich schaue dir das, ich schaue dir das. Ich bin Henry. Ja, Winge, Winge. Und das ist Chaos. Zeig mir mal deine... Oh, schön. Ja. Der ist mit Schwartboden, ja. Herzig? Ja. Ich sehe dich schon. Wolfgang. Schieß dich. Schieß dich. Schieß dich. Ist auch Schwartboden oder andere? Oder blau, dunkelblau. Blau? Wo? Wer so grober geht, der guckt unten. Bogen schießen. Da sieht grau aus und ein Fledermausflügel ist. Ah, ein Fledermaus. Oh, ich dachte. Wo ist Chaos? Oh, der ist grösser als der Chaos. Oh, der ist grösser als der Chaos. Oh, der Pfeilbogen ist auch gröss. Ah. Der ist die Tür. Der hat seine große Attacke. Seid mal, drehen mal. Ahu, 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 ahu. Ah, der hat die größte Attacke der Welt. Ja. Guck mal, die größte. Guck mal, ist das geile. Oh, auch mit Tolles Kopf wieder. Der ist ganz groß. Der ist ganz groß, ja. Da sind ja fast alle gespetzt. Wie viele... Ah, stopp. Erststreich. Ja, das ist Erststreich. Wie heißt der? Erststreich. Erststreich? Erststreich. Ich mag Erststreich. Das ist gut. Aber oben, wenn ich nicht mehr Tabletta, dann spielst du zuerst den hier. Der Wurf kennt den Chaos. Der Chaos ist der Stärkste, der letzte. Da ist so ein Vogel. Bei Skyland, wenn Skyland ein Video spielt, fliegt der. Der Vogel ist einfach nur oben. Der Vogel ist einfach nur oben im Video-Game. Und der folgt denen immer. Der kennst du, ja? Und da kämpft der immer, der Vogel. Der Adler ist das? Der Adler macht immer so. Ja? Mhm. Vielleicht ist der Adler seine Waffe. Ja, seine Waffe ist der Adler? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, weil er in der Hand nichts hat. Ah, genau. Der hat keine Waffe in der Hand, ja? Der Vogel ist die Waffe. Ich weiß es. Das ist ja. Der Schmal ist für uns leer. Dann Borchschle ich dich mit ihm. H pointagier ich ihn noch mal ab! Ah, wir werden es schocken! No, no! Penny! Oh, da ist es da ein bisschen. Piñata. Wie geht's? Where ist das, Penny? Piñata. Wie heißt das? Piñata. Piñata. Wie ist das? Piñata. Sehr schön. Das ist ein schön dicker Arm. Was für ein Tier ist das? Sieht wie Deko. Das ist ein Tier. Das ist eine Piñata. Männchen? Nein, eine Piñata. Sieht wie ein Dechse. Nein, das ist eine Piñata. Und trotzdem heiß der Piñata. Weil er eine Piñata ist. Und er heißt Piñata. Ja? Ja. Heiß Piñata. Das ist eine Piñata. Und welche Gruppe gehört der? Und welche Gruppe gehört der? Mache. Mache. Mechie. 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 Schuss, Schuss. Schuss, Schuss. das ist wirklich das ist der der das ist das ist das ist das ist gut und hier das ist So, Deutsch lernen, ja? Hey! Du wolltest nicht den? Was ist das hier? Der ist alles schwarz. Meine Boote sind schwarz. Vielleicht morgen. Drehmann. Wie hat diese Figur? Teguacruel. Und hast du schon noch nicht? Nein. Ich dachte wegen den Ninja-Sternen da. Nein, das ist alles schwarz. Der ist alles schwarz. Und der hat auch keinen Schwarz bei dir. Und welche Gruppe gehört der? Feuer. Und gelbe Augen. Ganz gelb. Und da habe ich Schnabel. Schnabel. Ah, Schnabel. Das ist wahrscheinlich ein Adler. Ein? Nicht Adler. Sieht aus wie ein? Menschen. Nein, wie ein Adler-Mensch. Menschen mit Adler-Kopf. Was ist ein Adler-Mensch? Guck, hier unten auch Krallen. Ja, ein Adler. Ja, ein Adler. Menschen mit Maske. Nein, das ist ein Adler. Ein Adler, wirklich? Ja, ein Adler. Und der hat nicht nur den Kopf ab. Na guck, die Füße auch. Die Füße auch. Weil er Krallen hat. Und alle haben Krallen in den Füßen. Und Hand auch, glaube ich. Genau. Ja. Wie heißt der denn? Ja, du sagst. Teig. 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 Wack. Krö. Krö. Krö.